Musik Ich bin heute hier in der historischen Festung Franzens Feste, nicht etwa, um in der Vergangenheit zu stöbern, sondern vielmehr, um mich über gegenwärtige Projekte zu informieren, die unsere Zukunft maßgebend bestimmen werden. Musik Im BBT Infopoint lässt sich auf knapp 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche der Brenner Basistunnel hautnah erleben. Musik Alle Fragen zum großen europäischen Jahrhundertprojekt werden in sieben Showrooms aber gerne auch persönlich beantwortet. Musik Highlights sind die interaktiven Scannerfahrten in den Tunnel genauso wie das multimediale Erleben des Tunnel-Vortriebs. Musik Informationen zum BBT in seiner faszinierenden technischen Vielseitigkeit sowie die Auseinandersetzung mit der Natur und der Geschichte des Brennerpasses liefert der Infopoint. Musik Wenn das alles zu theoretisch ist, der kann sich gerne zu einer Projektpräsentation oder Baustellenführung anmelden und mit der notwendigen Schutzausrüstung den Baustollen erkunden. Musik 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 Musik